Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hermit Pack. So, ich war nicht ganz fleißig. Einen Ticken fleißig, aber nicht wirklich fleißig. Nein, ich habe noch ein paar Sachen hier abgebaut, was so in der Nähe war. Ich habe dabei einen Teil gefunden, das ist hier hinter oder vielmehr da oben hinter. Da, oh, guck mal. Das ist mehr da hinter und zwar so eine Grünanlage. Ja, da, guck mal hier. Ui, viel mehr los. Komm hoch. Ab, 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 ab. Ah, du kannst hier nicht hoch, ha? Also, hier ist viel los, da ist eine Grünanlage, da ist so ein Baum drin und, und, und. Das ist so ein Untergrundbiom. Ich finde die ganz nice. Das Problem ist nur, dass... Was machst denn du? Ach, du kannst hier nicht hoch, ha? Ah, so kommst du hoch, okay. Oh, yeah. Hallo. Okay, nee, man kommt hier nicht wirklich hoch. Ähm, äh, nein, nicht rein, weil, ähm, da oben in der Decke ist ein, ein Spin, ein Spinnenspawner von diesem Mindshaft-Ding. Und zwar so ein Spider-Ding-Spawner. Und das ist echt heavy, weil da geht's ab. Also, da geht's ab, ne? So, so, so wirklich, richtig, ab. Und, ähm, das ist mir ne Heft, also, das, sorry, das ist mir ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was? Vergiss es. Vergiss es, wirklich. Das, 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 das tun wir uns nicht an. Nee, ich habe mir gedacht, nee, pass auf, hier. Oh, ich hatte auch nichts mehr zu essen. Das ist auch so eine Sache. Ähm, leider. Das heißt, ich musste mir jetzt auch noch Zeug hier selber brutzeln. Äh, da läuft, oh, das ist cool. Da läuft noch ein bisschen der Ofen weg. Auch nicht schlecht. Äh, das, oh, yeah. Okay, was wir aber eigentlich wollten, ist ja, wir wollten ja hier runter. So, und wir waren ja schon mal hier unten, sind ja da quasi vorbeigelaufen. Und jetzt holen wir uns endlich mal den Rest. Und nicht nur das, wir holen uns auch die Diamanten, welche ja so lange, oh, so lange da unten jetzt hausen mussten. Nicht wahr? Okay, da geht's hoch. Gut, muss ich nur dran denken. Ähm, die Diamanten. Ich hätte so gerne meine Fortune. Oh, eine große Mine. Eine große Mine. Ah, ja, nicht, nicht, nicht so schlecht. Oh, da muss ich jetzt aufpassen. Weil, ähm, könnte passieren. Ja, könnte passieren. Da muss ich mal jetzt wirklich ein bisschen... Ach, wir sind ja hier. Yes, genau. Wir sind ja hier. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Ja, aber sicher doch. Ich weiß doch, wo wir sind. Vielleicht finden wir da hinten aber noch ein bisschen mehr. Deswegen gehe ich jetzt auch nochmal eben da hinten gucken. Was ist dort auf sich? Ja, diese Dinger, die müssen wir ja auch mal mitnehmen. Das habe ich ja damals mal gesagt. Die sind ganz wichtig für, ähm, ein Mordpaket. Hier ist übrigens unsere Aufstiegsleiter. Den brauchen wir nicht. Ähm, das ist doch dieser... Genau. Nee, nee. Den, den lasse ich. Aber das hier, das lasse ich nicht. Genau. So, das machen wir dann hier und hier. Hier und hier. Hier und vielleicht noch einen da. So. Das ist alles. Ha, da, ba, da, ba, da. Nee. Was mich hier folgt, also mich würde ja eine Sache jetzt echt mal interessieren. Und zwar, ob man eigentlich... Ah, ich glaube, da ist nix, ha? Nee, dann lasse ich das. Dann, äh, kann man nämlich da, ähm, ja, genau. So, und jetzt würde mich mal interessieren. Kann ich? Nein, ich kann nicht. Ah! Ah! Ich kann kein Obsidian. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, etwas zu bekommen, mit dem ich auch Obsidian wegmachen kann. Ähm, oh, Airsom, ja, was auch immer. Verdammt! Verdammt! Okay. Ah, dann holen wir uns noch das ein oder andere, was es hier halt so zu holen gibt und dann gehen wir mal wieder nach oben und, ähm, schauen uns mal an, was die gute, die gute, ähm, warte. Genau, hier war das. Achso, ich wollte das Zeug noch mitnehmen, richtig. So, das nehmen wir auch noch mit. Und du bist 81%. Na, dann bist du ja gleich durch. In der Zeit kann ich vielleicht hier das ein oder andere Ding noch ziehen. Da oben ist noch Kohle. Holen wir uns die Kohle, kriegen wir auch noch ein paar XP. Ist ja auch nicht verkehrt. Und, ähm, dann gehen wir hoch. Nach Hause. Schauen wir mal, was wir alles da rauskriegen aus dem Ding. Vielleicht wird's ja nett. Ach, Mano. Okay, dich, dich lass ich jetzt da. Das lohnt sich jetzt nicht mehr. So. Okay, hier ist gar nichts. Das ist alles sozusagen geplündert. Ups. Geplündert. Ähm, ist sie jetzt fertig? Ach, komm schon. 98. 99! 100! Yes! Zack! Ähm, und weg. Alten. Okay, weißt du was? Da komme ich aber hin. Ähm, wie war das? Ähm. Verdammt, wie war das jetzt? Uff, wie komme ich jetzt nochmal da hin? Ähm. Ausschiebbuch. Ach so, ja, ja, ja. Natürlich, hier. Äh, blöd. Klar, einfach nur außenrum. Ho. So, guck mal, da ist ja auch noch was. Äh, obwohl, will ich das haben? Ach, komm, wieder mitnehmen. Alles mitnehmen, was da ist. Was ich noch nicht gefunden hab, ne? Das ist, ähm, jetzt weiß ich auch, was macht, was dieses Magnetic ist. Die Axt. Also, vielmehr. Da, guck. Die zieht, die zieht die Sachen an. Ähm, das ist dieses Magnetic, was ich überhaupt nicht verstanden hatte. Oh. Das ist das. Äh, noch Diamanten. Gallery. Äh, äh, w-w-w-w, Basalt, Basalt. Oh Gott. Äh, Lieten. Hadent. Pfff, 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 pfff. Dort ist, nein, das ist nicht das. Äh, äh, was wollte ich denn? Ach so, ich wollte wieder hoch. Genau. Ich kann aber hier hoch. Korrekt. Hier ist nämlich ein Aufstieg. Ah. Korrette Rode. So. Und wenn ich mich dran erinnere. Ich hatte, ich weiß das, hier auch irgendwo so eine komische, da. Dieses Ding. Dieses. Das möchte ich jetzt mal. Oh. Hm. Ach, das gibt's nicht. Dieses Ding möchte ich jetzt mal wissen, was das ist. Oh. Jikesi. Da ist eine Höhle. Hm. Okay, vielleicht war, pfff, mal schauen. Ich schätze, man kommt bis nach oben ans Wasser. Hm. Wasser. So. Bis ans Wasser. Okay, dann mache ich halt das noch weg, so. Und jetzt will ich endlich dieses Ding haben. Was ist das? Pickaxe. Deep Resonance. Bla, bla, bla. Was auch. Immer. Habe ich das? Ich habe das. Strength, 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 efficiency, purity, you can feel the latent power percent in this crystal. Heißt das? Ich habe jetzt hier irgendwie so eine magische Verbesserung genossen. Oder was heißt das jetzt hier? Oh, ich wollte eigentlich Fackeln bauen und habe schon wieder alles mögliche gemacht. Nur keine Fackeln gebaut. Gut. Fackeln, fackeln. Fackel, fackel. Äh. Ne, das ist ein bisschen zu viel. 13, 14, 15, 16, so. 16 Stück. Das ist besser als gar nichts. Und zwar. Jetzt habe ich doch noch 15. Also. Okay, dann kann ich jetzt auch mein letztes Ding essen. Wobei, ich brauche nicht alle. Schitter. Okay, das wird problematisch. Ich will auch nicht... Ach, nee, ey. Ich will auch nicht alle weghaben, weil das sonst sehr dunkel werden. Hier, Ocean. Siehst du? Das ist nämlich... Alter, mein Problem. Ich bin hier unterm Ocean. Pickaxe? Ernsthaft? Ich dachte immer, eine Schaufel wäre. Ach, das ist Marble. Natürlich. Nee, Marble ist ja nice. Marble finde ich gut. Wieso habe ich denn hier kein Marble gehabt? Wow. Okay. Da ist... Ha. Hm. Was auch immer. Ähm. Ja. Marble. Marble ist gut. Kann man tolle Sachen draus bauen. So, das ist dann hier und hier und hier und hier und hier. Okay. Oh. Die nehmen wir natürlich noch mit. Wenn wir sie schon hier haben, nehmen wir sie mit. Dann ist das auch erledigt. Alles klar. Da ist, oh yeah, noch mehr von dem guten Staff. Weil ich ja das Problem hatte, dass ich keinen Kopper hatte. Oder viel zu wenig Kopper oder irgendwie so. Da war ja was. Und ich habe das echt nicht hier auf die Reihe gekriegt, dass das Kopper eigentlich hier ist. Und zwar in der richtigen Höhe. Zu finden. On Mars. So sieht es aus. Zu finden. On Mars. Okay. Das ist das. War da noch mehr? Das ist nur die Brücke gewesen. Das ist dann so ein Ding noch. Gut, Bauxit brauche ich jetzt auch nicht. Da haben wir noch ein bisschen von dem. Und dann könnten wir eigentlich nochmal eben einen kleinen, nur einen kleinen Blick in die, in die, äh, Tiefen werfen. Und den anderen Krempel da rausholen. Ja. Wir haben ja noch etwas. Ein bisschen tiefer. Da sind ja noch ein paar Diamanten. Und die würde ich auch gerne noch besorgen und holen. Ich glaube, das werde ich auch genauso machen. Während uns die, alter, noch mehr zinnen. Zinnen ist, ah. Ja, schon. Weil, hh. Zinnen, ha. Ja, zinnen. Ähm, das ist das. Das ist das Ding. Da will ich nicht weiter. Okay, wir gehen jetzt nach. Da nicht hin. Die können wir uns noch besorgen. Dann haben wir die Rubies. Ich glaube, man kann auch aus Rubies auch schöne Sachen machen. Led. Okay, lass mich das Led noch mitnehmen. Gut. Dann habe ich hier noch einen. Na ja, natürlich noch viel mehr. Äh, Moment. Die Mauer ist... Ne, hier, 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 hier. Da müssen wir durch. Wir holen uns den Rest. Hey, wir holen uns den Rest, der hier noch zu finden ist. Das einmal. Dann natürlich das Zeug. Das finde ich gut, dass ich das hier alles sozusagen, ähm... Tö. Äh. So. Ach, das ist schon wieder alles voll hier. Äh. Resonant, Lied, Ober, Red, Tap, 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 Tap. Gut. Und hier waren... Da können wir auch noch ein bisschen was holen. Wenn es hier schon ist, nehmen wir es direkt mit. So. Da... Ja, genau. Also, hier ist noch ein bisschen Kohle. Die können wir so mitnehmen. Hier haben wir noch ein bisschen davon. Das nehmen wir auch alles mit. Gut. Nice. Oh, das gibt Punkte. Oh, das gibt Punkte. Oh, das gibt so viele schnucki-lucki-Punkte. Uh. Oh. Und noch ein bisschen mehr Kohle. Können wir auch noch mitnehmen. Ich würde so gerne eine Pickaxe haben mit Fortune. Hrgh. Habe ich das schon mal gesagt? Hahaha. Oh. Okay. Das Ding ist fertig. Das macht nix. Moment. Hier, den brauchen wir. Einmal dahin. Einmal. Ich glaube, ich sehe auch gerade, dass meine Schaufel auch im Eimer ist. Nö, die ist nicht im Eimer. Die sieht so im Eimer aus. Oh. Okay. Dann soll sie im Eimer aussehen. So. Ähm. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ich habe, habe ich schon gesagt, ne? Fortune. Oh Gott, ich hätte so gerne. Und dann hast du so ein Ding und dann stellt sich raus. Oh. Verarscht. Das ist also wirklich, ey. Das ist der Knaller. Da wirst du verarscht vom Spiel. Das ist überhaupt gar keine Fortune. Nein. Es ist einfach nur Müll. Hm. Müll. Hm. Müll. Okay. Da haben wir noch mehr. Das können wir alles eben mal mitnehmen. So wie. Hm. Okay. Dann haben wir das Ding. Und wir haben eine Labis. Ein. Ein. Lapisblock. Na super. Eisen. Wie sollte ich denn hier Eisen drin gelassen? Warum habe ich hier? Oh. Nice. Hm. Hoho. Hey. Okay. Da ist noch mehr Eisen. Kann ich das wieder füllen mit Koppel? Genau. Machen wir so mit Koppel. Und da ist noch mehr Eisen. Wir nehmen alles mit. Wir sind eh gleich durch. Und dann heißt es nach oben gehen. Schon wieder. Hi. Nice. Okay. Da können wir dann auch Koppel dich voll machen. So. Okay. Und haben wir noch irgendwas hier, was ich übersehen hätte? So was. Gut. Das ist aber. Hm. Das ist ein bisschen schwierig. schwierig. Oh. Nee. Ähm. Zapp. Psst. So. Okay. Die andere Seite. Ganz schnell. Brrrr. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Oh Gott. Ist das ein langer Gang. Hups. Da sind wir. Gut. Hier. Redstone. Ah. Das gibt noch schöne Punkte. Und da hinten sehe ich sie gleich schimmern. Die guten. Und Gold. Yeah. Gold. Apropos Gold. Ich habe unten noch ein bisschen Gold gefunden gehabt. Oh. Da ist noch mehr Redstone. Okay. Äh. Au. Das ist jetzt nicht gut. Nein. Das ist nicht gut. Oh. Das ist nicht gut. Ähm. Äh. Ähm. Okay. Okay. Äh. Ähm. 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 Okay. Da. Da. Weißt du. Die Kohle lasse ich jetzt da drin. Haha. Ist das. Ach. Ach. Ich will die Dinger haben. Und das. Das will ich auch. Und. Ach. Zwei. Drei. Bär. Fünf. Sechs. Ui. Und noch mehr Redstone. Und schon wieder unten. Ah. Okay. Das macht nichts. Kann ich aber mitnehmen. So. War es das? Oder ist da noch mehr? Außer Redstone. Da ist noch ein bisschen Eisen. Nehmen wir das Eisen noch mit. Und ich glaube das war es aber. Mehr haben wir nicht. Au man. Nicht noch mehr Redstone. Das Problem ist. Ähm. Was? Ich bin hier ganz unten. Am. Bad. Rock. Level. Und. Ne. Hier ist. Ne. Was ist das? Zinn. Ne. Komm. Okay. Weißt du was? Wir gehen jetzt nach oben. Das ist nämlich jetzt auch wirklich lang genug. Und dann. Gucken wir mal. Was wir an Ausbeute haben. Und ich hoffe dass es jetzt nicht schon wieder. Dunkel ist. Wahrscheinlich. Nein. Es ist noch hell. Super. Es ist noch hell. Trotzdem mal eben bewaffnen. Wir müssen auch hier irgendwie noch mal ein paar Stufen reinsetzen. Heiligs. Okay. Siehst du es geht nämlich langsam in Richtung Dunkel. So. Alles klar. Dann. Ähm. Ja. Passt ja genau. Haben wir eine wunderschöne Geschichte fertig gekriegt. Okay. Da habe ich jetzt einen Haufen Material. Was natürlich jetzt ein bisschen blöd ist. Äh. Ich habe hier auch noch ein bisschen Zeug. Da können wir mal eben gerade das zumindest so setzen. Dass es ein, ein, eine weitere. Och. Das gibt es noch nicht. Was ist denn das hier ey? Warum? Warum? Das ist ja das. Ich verstehe das nicht. Das ist ganz komisch. So. Okay. Dann haben wir. Alter. Nicht doch. Jetzt ist aber wirklich gut. So. Das haben wir. Das. 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 Alles klar. So. Da haben wir noch so ein. Das haben wir noch. Und das kriege ich nirgendwo rein. Äh. Machen wir es mal so. Dann haben wir das Paletti zusammen. Ja. Also. Ähm. Ich finde das ist eine reiche Ausbeute. Vor allen Dingen unfassbar viel an, an Erzen. Gut. Das Basaltseuch ist klar. Das, das muss ein bisschen. Ich brauche übrigens. Das habe ich ja vorhin gesagt. Ich brauche dringend. Ähm. Wo habe ich eigentlich das Leder hier? Das habe ich alles aus der Mine. Wann das? Das muss irgendwas gewesen sein, was Leder gegeben hat. Ich weiß aber nicht mehr was. Naja. Ist ja wurscht. Okay. Ähm. Ich brauche aber noch mehr Säcke. So. Und Säcke. Das ist super. Dann kann ich nämlich mit Leder wieder Säcke bauen. Und dann kann man mehr Zeug darin lagern. Das ist ganz praktisch. So. Dann kann man nämlich einen Sack machen hier für Aus. Einen Sack für so ein Zeug. Und einen Sack für das Zeug. Und dann passt das wunderbar. Ähm. Und dann habe ich als Rest. Naja. Eben. So. Das Ding. Das ist. Also ehrlich. Ey. Dann ist der Knaller. Du guckst da drauf. Und dann geht das hier nicht. Dann geht das hier nicht. Und dann guckst du in das Ding. Und dann steht da echt. Bei näherer Betrachtung ist das einfach nur ein Fake. Aus Pappe. Boah. Aber das ist. Ah. Das ist so. Mann ey. Das. Das Ding. Das muss ich auf jeden Fall ausstellen. Das. Das. Das muss ich ausstellen. Weil das ist der Knaller. Wirklich. Das ist der Knaller. So. Ich würde sagen. Das ist hier eine gute Position. Um das Ding zu beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und. Schauen wir noch ein bisschen den Mond an. Wie ist er. Oh. Schöner Neumond. Ich schaue mir das an. Und wir sehen uns. Bis dahin. Bye bye. Danke fürs Zusehen. Und. Ja. Ich freue mich schon. Aufs nächste Mal. Dann bin ich mit Sicherheit schon bei dem ein oder anderen weiter. Bis dahin. Bye bye. Bye bye. Danke. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.